Herzlich willkommen! Ich versuche Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was Sie erwarten wird. Und die erste schlechte Nachricht diesbezüglich ist, es erwarten Sie gleich zwei MOOCs. Es sieht nur aus wie einer, es sind in Wirklichkeit zwei. Wir werden auf der einen Seite uns mit den Fragen beschäftigen, die rund um die Organisation Ihrer forschenden Tätigkeit sich gruppieren und auf der anderen Seite, was Sie dann damit tun, wenn Sie geforscht haben, wie Sie also das, was Sie erforscht haben, verwerten können. Auf der einen Seite geht es also darum, sich zu überlegen, wie forscht man rechtlich sicher, wie gestaltet man den Alltag als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, wenn man noch bei der Generierung von Ideen, von Informationen, von Fragen ist. Und auf der anderen Seite geht es dann darum, was ist, wenn man vorläufig damit fertig ist, wenn man also dann möchte, dass die anderen davon Kenntnis nehmen, wenn man möchte, dass man dafür ideell oder materiell belohnt wird, wenn es also darum geht, das, was man gemacht hat, zu verwerten. Es geht ums Forschen und ums Veröffentlichen und es geht in beiden Feldern zunächst einmal um Grundlagen. Ich werde mich bemühen, das so wenig langweilig wie möglich zu machen, aber ein bisschen Orientierung, glaube ich, wird man auf beiden Seiten doch brauchen. Und dann geht es aber um relativ anwendungsnahe Fragen, wie man Forschung plant und wie man die Verwertung plant. Und eine wichtige Dichotomie, die muss man gleich am Anfang hier nennen, ist die, dass wir als Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler natürlich immer beides sehen. Wir sind auf der einen Seite immer dabei zu versuchen, neues Wissen zu generieren und auf der anderen Seite wollen wir aber das, was wir schon erreicht haben, auch irgendwie verteilen und bekannt machen. Diese Doppelrollenhaftigkeit, die uns inhärent ist, ist nicht die einzige, die wir haben. Unser Tun ist ständig davon geprägt, dass wir in unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Positionen haben. Und die schwierige Aufgabe dieses Rechtsgebiets oder dieser Rechtsgebiet, über die wir reden, ist es nun, diese unterschiedlichen Rollen und ihre jeweils divergierenden Interessen in einen Ausgleich zu bringen. Recht ist immer auch das Generieren von Kompromissen, immer auch das Generieren von Ausgleich. Wenn man forscht, ist die erste Grunderfahrung, die man macht, wenn man ein bisschen selbstreflexiv ist, die, dass man nicht der Erste ist, der das tut, sondern dass man auf den Schultern von Riesen steht und dass man daher immer, wenn man irgendetwas tut, berücksichtigen muss, dass es viele vorher gegeben hat, die das auch schon getan haben. Und viele, die vorher das schon getan haben, dann eben in der zweiten Interessensposition sind, die ich genannt habe, also schon in ihrem Verwertungsinteresse sind. Und wenn man also dann im Graben ist, im Forschen ist, auf den Schultern von Riesen stehend, ist man daher regelmäßig damit konfrontiert, dass man sich fragt, darf ich das, was da schon generiert wurde, verwenden? Wie darf ich es verwenden? Wen muss ich fragen? Wen muss ich bezahlen? Etc. Das sind typischerweise Fragen, die unter den Stichwörtern Urheberrecht, Datenschutzrecht und Ethik zusammengefasst werden. Und wenn ich dann etwas Neues generiert habe, also sozusagen selbst zum Riesen geworden bin, manchmal zum Kleinen, manchmal zum Größeren Riesen und die Rolle wechsle, dann geht es typischerweise darum, wie gestalte ich jetzt meine eigene Rechtsposition, indem ich meine Informationen lizenziere, indem ich sie patentiere, indem ich sie archiviere. Daraus ergibt sich auch die Zweiteilung dieser MOOCs. Es geht also zunächst einmal ums aktive Tun und dann im Zweiten ums aktive Verwerten. Ich muss auch noch einen großen Disclaimer vorneweg stellen. Das ist so der Überblick, wie er in der Außendarstellung aussieht. In Wirklichkeit müsste er aber so aussehen. Es gibt kein rechtlich sicher forschen und kein rechtlich sicher veröffentlichen. Zweites großes juristisches Geheimnis, nicht nur sind unsere Methoden sehr beschränkt, sondern auch der Output ist sehr beschränkt. Alles, was ein Jurist oder eine Juristin sagt, ist immer nur eine vorläufige, eine vorbehaltliche Einschätzung der Situation. Am Ende entscheidet immer ein Gericht und ein Gericht entscheidet immer nur einen Fall. Es gibt im Recht, so wenig wie in wahrscheinlich keiner anderen Wissenschaft, keine Gewissheiten, sondern immer nur ein vorläufiges, es kommt darauf an, es könnte so sein. Großer Disclaimer also hier auch gleich am Anfang. Vor Ihnen steht jemand, der dieses Feld zwar seit Jahrzehnten beackert, aber es ist eben nur ein Hochschullehrer, kein Richter und auch kein Höchstgericht und selbst dieses könnte eben, wie gesagt, nur einen einzigen Fall entscheiden. Sie würden also immer von mir hören, wenn ich dann in einen Einzelfall hineinginge, naja, muss man sehen, ob das vergleichbar ist. Es kommt eben, wie so oft, dem Recht auf die Details an. Aber einen ersten Überblick, glaube ich, werden wir schon gemeinsam erlangen und wir werden auch vor allem eine Orientierung darüber erlangen, wen Sie wann besser weiter fragen sollten. Es gibt, ich habe schon angedeutet, einige Grundgegensätze in der Organisation wissenschaftlicher Arbeit heute. Das erste habe ich schon genannt, es gibt diesen Gegensatz zwischen aktiv forschen auf der einen Seite und dann verwerten wollen auf der anderen Seite. Es gibt zweitens den Gegensatz, der gilt insbesondere in Europa, dass Sie auf der einen Seite durch europäische Normen geprägt sind, Mitglied Österreich, Deutschland sind Mitglied der Europäischen Union und daher ist immer auch Europa recht relevant. Darüber werde ich in einer weiteren Folge auch gleich reden. Auf der anderen Seite gibt es aber immer auch noch das Mitgliedstaatliche Recht. Am Anfang habe ich Ihnen zwei Webadressen gezeigt aus genau diesem Grund. Sie müssen sich immer zunächst einmal um das österreichische schrägstich deutsche Recht kümmern und andererseits immer aber dann auch um die europarechtliche Überformung. Und dann gibt es einen dritten wichtigen Gegensatz. Wir alle, die wir forschen, sind auf der einen Seite Individuen mit eigenen Interessen, individuellen Positionen, Bedürfnissen und so weiter. Wir sind aber typischerweise immer in Verbünden organisiert. Denn einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin, die ganz alleine irgendwo im Kämmerchen etwas Neues entwickelt, gibt es nicht mehr. Wir sind alle in Institutionen eingebunden und diese Institutionen haben eigene Verpflichtungen, eigene Methoden und auch eigene Routinen, nach denen sie funktionieren. Und auch hier ist es so, wie bei den anderen bereits genannten Gegensätzen, dass das nicht unmittelbar einsichtige Gegensätze sind. Ganz viel der Interessen einer Universität korrespondiert mit den Interessen der Individuen, die an dieser Universität oder dieser Forschungseinrichtung arbeiten. Sehr häufig läuft das parallel. Nicht immer aber läuft das parallel. Also, Sie als Forscherin oder Forscher haben meistens ähnliche Interessen wie Ihre Einrichtung, an der Sie arbeiten. Zum Beispiel wollen beide bekannt werden, beide wollen genannt werden, beide wollen eine hohe Reputation in ihrem jeweiligen Forschungsfeld etc. Nicht immer muss das aber so gleich laufen. Zum Beispiel dann, wenn Sie die Institution wechseln oder wenn Sie den Job wechseln oder wenn Sie in einen Streit mit Ihrem Arbeitgeber geraten etc. Man muss also wissen, dass diese Dinge sehr häufig parallel sind, aber nicht immer. Und das dritte große juristische Geheimnis, das ich Ihnen ganz am Anfang verraten möchte, ist, es ist gut, derartige mögliche Gegensätze am Anfang auf den Tisch zu legen, am besten bevor man angefangen hat, irgendetwas zu tun. Juristische Probleme tendieren dazu, sozial unangenehm zu sein. Menschen mögen nicht gerne, dass man offiziell bekannt macht, dass man anderer Meinung ist oder andere Interessen hat. Deswegen werden häufig juristische Probleme gerade in diesem Umfeld hier ganz lange zugedeckt. Darüber redet man nicht, das rührt man nicht an. Man wird schon keinen Richter brauchen und so weiter und so weiter. Das verstehe ich menschlich sehr, aber ich würde Ihnen sehr dringend raten, das anders anzugehen. Immer dann, wenn Sie mit einem großen Projekt beginnen oder wenn Sie mit einem neuen Arbeitgeber oder mit einer neuen Einrichtung zu arbeiten beginnen, ist es sehr gut, wenn man am Anfang sich die Zeit nimmt und sagt, hier korrespondieren unsere Interessen, hier läuft das parallel, hier werden wir uns ganz schnell einig werden und hier ist es aber nicht so und deswegen hätte ich das bitte gerne geklärt, bevor wir anfangen gemeinsam zu arbeiten.